Was ist das? Gibt es die Sonne ohne Planter? Nein, das ist die Sonne. Was ist das? Was ist das? Die Sonne ohne Planter? Nein, das ist die Sonne. Gibt es die Sonne ohne Planter? Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020